Zur Decke strecken, wieder anwinkeln, zur Decke strecken, wieder anwinkeln, dann kommen die Arme wieder hier hin und wir schliessen die Arme, genau, die sind zur Seite und drücken die Ellbogen ganz, ganz fest zusammen, bis es anfängt zu zittern, noch mehr. Ja, genau, okay, es kann auch nur bis hier sein, es kann ganz tief sein und wenn ihr könnt, eben auf den gestreckten Beinen diese Übung machen, genau, die Ellbogen kommen nach außen und wieder zurück, okay, dann kommt schon die nächste Variante, jetzt kommen die Hände ganz, ganz weit außen, jetzt tief bleiben, kleine, eins, zwei, drei, vier, fünf, Pause. Okay, Schluss noch, wir kommen wie hin, die Hände ganz zusammen.